Hey, hey! Wir sind Petra und Nico von Freeride Inc. Austria und diesmal nehmen wir euch mit auf einen wunderschönen Powder Run im Zillertal. Wir halten das Video etwas kürzer als sonst, denn wir möchten euch wirklich nur die schönsten Bilder des Tages zeigen und ganz zum Schluss noch einen kleinen Kontrast dazu. Die extrem hohe Lawinengefahr der letzten Tage hat sich zum Glück wieder beruhigt und auch wenn das bedeutet, dass der Schnee natürlich etwas zusammengegangen ist, bedeutet das ebenso, dass man sich wieder ohne größter Sorge im freien Gelände bewegen kann, auch wenn man dabei trotzdem die alpinen Gefahren bedenken muss. Nun möchten wir euch aber eher auf das tolle Panorama einstimmen. Wir hatten das große Glück, dass wir ganz alleine am Gipfelkreuz sein durften und das wirklich für lange Zeit. Und von dem her, was gibt es Schöneres als einen Schwenk über die Berge. Mega heute! Echt, echt schön! Ah, geht mir. Je nach Hangausrichtung konnte man noch richtig tollen Pulverschnee erwischen oder eben auch Wind verpressen, Schnee oder gar Bruchharsch. Von dem her war es ein bunt gespickter Misch aus Schneeverhältnissen in wunderschönstem Panorama. Ja, geht mir. Und wie es meistens so ist bei den schönen Sachen im Leben, die muss man sich hart verdienen. Deswegen geht es jetzt wieder zurück Richtung Lift. Wenn das doch nur in echt auch so schnell gehen würde. Rauf mit dem Lift, in die Abendsonne rein und dann auf die eisige, düstere Piste. Und da sieht man dann erst, was alles los war.